So, und auch wieder zurück dabei. Beim letzten haben wir die beiden Leeper geplättet, die von Captain Trace die Änderung geklaut haben. Und wir müssen jetzt irgendwie zu diesen Würfel atschen. Aber hier ist so viel Blut, da hab ich schon keine Lust drauf. Die Zeitfunktionen sind schwach. Wieso tut es weh, diesen Irren so fertig zu sehen? Oh, was ist hier drin? Fehlerhaftes System. Sich selbst exakt diagnostizieren. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Achso, ich kann da durch. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Meine Güte. Oh, die Uhr läuft gar nicht. Hatte paar Sekunden mehr. Nein, die Uhr laufen doch gar nicht. Ach Mensch. Die Zeitfunktionen sind schwach. Möchten Sie zunächst mit SIT-Maschinen gewachsen werden? Nein. Kann ich die hier nicht irgendwie töten? Laut meiner Software ist ein Systemausfall ziemlich wahrscheinlich. Aber kann man vielleicht auf das System sich selbst machen? Regenerieren? Ja, kann's bestimmt. Gefahren sind jetzt ausgleich. Umleitung ist schon... Irgendwie durch. Irgendwo hier durch. Irgendwie komme ich schon da hin. Sollte ich zumindest. Guten Tag. Äh, Toilets. Irgendwo bei den Toilets. Mal hier schauen. Was ist denn hier los? Nö. Oh, guten Tag. Was sind denn die Toilets? Ach, da kommt noch einer. Oh, nö. Hier gibt's doch irgendwelchen Ärger wieder, oder? Das ist doch nicht ohne Grund zu riesengroß. Und zu komisch. Inhalte deine Mitte dahin. Geh da bloß nicht rein. Dün, 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 dün. Der Würfel. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Memorize die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Hm. Wird Memorize's Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Oh nein, nicht schon wieder so ein Dreck. Oh nein. Was muss ich denn hier machen? Hä? Was ist die jetzt hier alle hochmachen, oder was? Ich hab null Ahnung hier. Ich hab null Ahnung, ob ich die jetzt hier runter machen muss, oder nicht, sonst... ...wird ich gleich einen kleinen Stopp machen. Egal, wir probieren's einfach mal aus. Ich hasse solche Rätsel. So, vielleicht? Wird Memorize's Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ich hab null Ahnung. Ich werde mal kurz den Cut machen und hier ein bisschen rumprobieren. Dann sehen wir uns gleich. Und tschüss. So, da bin ich auch wieder. Ich hab ein bisschen rumgetüftelt. Ich hab diesen Spielstand einmal kopiert, damit wir an dieser Szene nochmal weiterkommen. Und, ähm... Jetzt weiß ich leider nicht, wie rum das hier soll. Man soll nämlich... ...das hier einfach... ...raus... Ne, warte mal. Humans... Man soll H... O... H3O machen. Warte mal, kann ich das so zurücksetzen? Ne. Ach man, ist das nervig. Hm. Das ist von hier nicht. Äh... So. So. Ich muss da näher dran. Der Maus ist ein bisschen nervig. Ne, du bleibst da. Und, du bleibst da. Jetzt weiß ich leider nicht, welche es ist. Oh, weil ich hab das nur kopiert und ein bisschen umgetüftelt. Jetzt haben wir's. So war das Rätsel. Man braucht einen, wie gesagt, nur die drei Buchstaben davon zu benutzen. Und dann kommt man hier hin. Und dann können wir auch direkt weiter starten. Ja, zack. Na komm, Captain Trace. In deiner schlabberigen Erinnerung hier. Wo gehst du dran? Nein. Zumindest können wir da oben noch so'n Käfer zerstören. Wow, 5 von 55. In der Zeit hab ich, glaube, 10 gefunden oder so noch. Wie ich alle nicht zerstört habe. Sag, ich geh mal hier hoch. Na komm, Captain Trace, du schnarchtüte. Ah, wo ist E? Da ist E. Dankeschön. Oh nein. Nicht noch ein Rätsel. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Okay. Nettes Familienporträt. Ah. Jetzt glaube ich, das kann ich so direkt lösen. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Verlassen zu. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Verschluss des Konzeptionswürfels Magnet durch externe Steuerung aufgehoben. Notfallprotokoll aktiviert. Da sind wir doch dran. Sesam, öffne dich. Charles' letzte Bastion ist geknackt. Los! So, ach wir gehen durch. Ich mach gleich einfach zwischendrin den Stopp. Das war ein einfaches Rätsel. Das fand ich ganz einfach gemacht. Die anderen waren ein bisschen schwieriger. Das mit der Tür und sowas. Das war schon echt krass. Ja, sind wir angekommen? Liebe Nillen, Nillen, Nillen. Oh nein. Na Jungs? Es gibt doch jetzt noch riesen Ärger hier. Das war doch klar. Nein, lieber Pispas. Nein, du willst du denn hin? Puh! So, den einen mach ich gleich schon mal so kaputt. Warte mal, ich kann auch hier diese... Genau. Friss das! No. Nein, 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 nein. Wo willst du denn hin? Oh nein, 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 nein. Noch nicht immer die Eierköpfe hier. Nimm mal die weben Nillen. Ich krieg hier noch einen Rappel. Oh, nein. Ciao. Das geht auch kaputt. Dankeschön. Oh, es kommt den... Oh, nein. Jetzt kommt Bigfoot und seine Family oder was? Oh, was soll das denn? Ich weiß, dass der Bigfoot und seine Family. Komm schon. Na, Jungs, was ist los mit euch? Den einen Liebherr hol ich mir, oder? Da werde ich keine Gnaden dran gehen. Strafe. Gott. Ja, ist unser Problem. Na, kommt, Jungs. Wir bringen das jetzt zu Ende hier. Was wir angefangen haben, bringen wir auch ganz schnell zu Ende. Aber ich werde vielleicht noch auf jeden Fall vielleicht noch mal das Spiel für mich selber spielen. Das weiß ich noch nicht ganz genau, weil es hat sehr Spaß gemacht. Und wir kommen langsam in Richtung Tunnel und ich würde sagen, hier, ich mache einen kurzen Cut. Und hier ist es so gut. Wenn man immer noch eine Arbeitverbsern hat. Ich würde es gerne machen. Und dann wäre es ein bisschen mit mir. Und ich würde es mir anfangen. Bis zum nächsten Mal.